Die Welt Die Welt Die Welt Okay, so weit aber so gut. Freunde, das basiert darauf, dass wir wissen, dass Simons irgendwo in China ist, also wir sind einfach mal nach China geflogen. Stimmt, vielleicht, obwohl doch, äh, stand ja irgendwie der... der Flughafen, wo wir gerade sind, aber... Stimmt, welche Stand, ja ganz richtig. Aber man, zum Glück haben wir uns da fest angeschnallt, als wir abgeschüttet sind. Ja. Leon? What? Das ist Sherry? Wer ist Sherry? Ist das nicht die aus 2, wie das Kind? Ist sie nicht auch so? Wie hieß sie denn? Ich möchte nur, also nur noch mal zu... Wir sind gerade mit einem Flugzeug, mit einem sehr großen Flugzeug gerade abgestürzt. Ja, und? Your point? Dass das einfach nur ein bisschen brennt. Wie hieß sie denn aus Resi 2? Aber eigentlich kann es auch gar nicht so viel später sein. Ich hör mal nach. Sherry Birkin ist das. Doch, Birkin. Äh? Ja, das ist sie. Das hab ich nie zusammengesetzt. Das ist die aus Teil 2, what the fuck? Das ist ja cool. Das passt ja zeitlich auch gerade wunderbar. Das ist übrigens Troy Baker. Aha. Ja gut, da sagt sie jetzt auch noch mal. Ach, ja. Das ist ja geil. Ähm. Excusez-moi. Nein, Sherry! Das wär so lustig. Achso, scheiße. Sie werden jetzt so mit so einem riesigen Ding erschlagen. Ist das denn Nemesis jetzt, oder was? Das wär so absurd. Für welche Abkürzung steht denn DC? Also Resident Evil DC. Greencast. Mhm. Resident Evil DC. Ach nee, Directors Cut. Gibt's da auch Sherry Birkin? Das... Ist das wirklich... Nee, nee, das ist... Ist doch him again. Weil das gibt sie auch in... Ja, der wird wahrscheinlich aus seiner Kampagne kommen. Achso. Das gibt sie auch in DC. Und da wird sie gesprochen von Laura Bailey, die hier... Die hier helft. It's fine. Das ist aber schon... Ey, stimmt. Das könnte irgendwas sein. Das ist ja crazy, Alter. Die haben halt alles zusammengepackt. Ja. Die haben den gesamten Wikipedia-Artikel ausgedruckt und dann... Help Sherry and Jake heißt der ja. Ja, könnt ihr euch schon mal darauf einstellen, was bei ihm auf uns zukommt? Ja. Ich würde vermuten, dass er den Bauch mehr Schaden nimmt. Das war, weil er blutig ist. Aber... Ich hab keiner dahin... Also... Ich weiß es nicht. So, rennt erstmal weg. What the fuck is this game? Ist schon absurd, ne? Wieso, weil der da so eine Art Öffnung hat oder so? Es... Ne... Er ist halt so kaputt da, weißt du? Blutet da so. Wie sie auch gerade... Sherry und Jake haben so gar nicht... Ey, seid ihr das mit dem Flugzeug gewesen? Oder? Ne, stimmt. Wollte überhaupt nicht hinterfragt. Was macht ihr überhaupt hier? Vor drei Sekunden ist er direkt neben uns abgestürzt. Seid ihr das? Ne, ist egal. Auch cool, dass man mit dem Viererteam zusammenspielt. Wie sie die ganze Zeit nur gerettet werden muss, nicht wahr? Ich glaube, er soll den halt widerspielen. Vielleicht ist es ja irgendein anderer Tyrant. Ach, jetzt bin ich mit Sherry unterwegs. Ich glaube, es ist relativ egal, wie viel Schaden... Ach, guck mal, da spricht er auch da drüber. Das habe ich damals einfach nicht verstanden, weil ich da noch keinen anderen Bespiel gespielt hatte. Sind das hier Kisten, die du kaputt machen kannst hinter dem? Ich hoffe. Ja. Oh. Und ja. Gut. Und aber auch ein A-Haf-Knopf. Ein B-Knopf. Ah. Wir schieben jetzt diesen... Wir schieben die denn wirklich? No. Ah, okay. Aber ihr wart schon drauf eigentlich. Ja, ja, ja. Cool. Wo bist du denn? So, hier ein bisschen. Wir drehen einfach hier. Diese 2D-Textur dorthin bringen. Und dann müssen wir... 4xx rücken. Tja. Du hast die Mode kaputt gemacht. Ach, shit. Tja. Ich warte jetzt lieber eins. Okay, let's go. Hätte eigentlich noch mal gegen treten müssen. Noch mal so punchen. Ja. Reinschießen. Zweimal mit dem Bus oder okay? Sehr gut, Sherry. Hast du gut gemacht. Bisschen gut umfahren. Ich bin stolz auf dich. Ich bin tot. Alles explodiert. Sie auch. Äh. Alter, ey. Ähm. Oh, welche Stimme ist das denn? Ähm. Oh. Die kenn ich auch. Warte. Was ist denn hier los? Was? Fuck. Ja. Ja. Wo ist er denn? Ja. Ja. Erstmal noch mal. Ja, lauf ruhig hin. Ja. Dann verschwenden wir gerade krass wie Munition, oder? Man muss auf bestimmte Sachen warten. Keine Ahnung. Also bisher ist er auch einfach immer weglaufen. Ja, du sollst morgen schließen, glaube ich. Naja. Aber vielleicht jetzt nicht mit unserer geilsten Munition. Ja. Okay. Voice. Was macht er jetzt? Geht nächste Phase. Wie den Riedel. Jetzt nimmt er dich als arm. Möglich ist alles, Mats. Geh auch mal auf die anderen. Echt, ey. Muss ich hier den Tank spielen. Ja, ich habe mich konkret an sie erinnert wegen Tales of Vesperia. Sie hat ja diese pinkhaarige Prinzessin gespielt. Ah. Ja, richtig. Die gleich vom Anfang, ne? Ja. Oh. Ah. Natürlich. Die Devola und Popola. Oh. Ah. Das war, glaube ich, wirklich das, was sehr getriggert hat. Oh, oh. Zufälligerweise fällt das Ding jetzt auf ihn, oder? Boom, boom, boom. Alle 6.00 Uhr. Ich glaube schon. Aber auch auf uns alle. Oder er nimmt das jetzt als arm. Das wäre... Ja, guckt noch ein bisschen. Sie war Diana in Zero Time Dilemma. Viele, viele Leute. Meine Güte, ja. Hätten wir uns ganz vielen Sachen erkennen. Deswegen kamen sie auch so bekannt vor. Leon. We're gonna head to the Wu-Mong Building over in Ku-Tang. That's where I'm meeting with Simmons. Kannst du das nochmal wiederholen? Was? Wo? Where am I? Simmons ist der Bösewicht. This is fire. Ja. Diese Feueranimation ist so eigenartig. Sieht aus wie Wasserreflexion. Ja genau, die Reflexion ist echt das Komische. Ich fürchte, wir haben China angegriffen. Wir haben China kaputt gemacht. Ich glaube, es war eine Kriegshandlung, die wir hier ausgeführt haben. Was soll ich sagen? Hast du noch Leben, was du hier holen kannst? Naja, eigentlich nicht so viel. Naja, okay. Obwohl doch, wir haben einen First Aid Spray. I did not notice. Das war das Haarspray scheiße. Das ist einfach so Deo ins Gesicht gesprüht. Das wäre so lustig, wenn bei Leon ein Haarspray eine Heilung ist. Das würde auch im Spiel passen. Brauchte man auch keine Health Bar, sondern einfach seine Frisur hat immer Wuschliga. Mhm, genau. Je sauberer die Frisur, desto gesünder ist er. Wie viele Assets hier einfach in diesem Spiel sind. Guck mal, jetzt sind wir keinen Lynch. Ja stimmt. Man müsste das schon mal ausprobieren jetzt. Ja. Ich nehme die komplette Verantwortung auf mich tatsächlich. Nee, nee, nee. Ich will es genau wieder drauf. Ich will den Controller in die Hand nehmen, was tun, Tom. Ich will es nur sehen. Ja, und dann heißt wieder ja. Und da hatte Tom den Controller in der Hand. Ja. Naja, aber... Guck, jetzt schreien die Hühner. Wenn es Zombie-Hühner sind, dann bin ich dabei, aber... Ja, das wissen wir ja nicht, das ist das Problem. Außerdem helfen die mir vielleicht. Sie wollen es aber auch schon ein bisschen, die Hühner. Das sieht wirklich cool aus, die Umgebung. Jetzt kommt Investigation. Ich weiß ja, das ist nicht mein Detektiv. Ich hoffe, wir sind nicht schuld da dran. Lass mal gucken, ob du da hinten... Meins hier. Erstmal? Ja. Wow. Nee. Doch. Ah. Hinter dir. War ein Emblem. Haha. Kannst du sogar so, kannst du... Nicht bis nicht die Dimension. Okay. Ich glaub da... Oh doch, es geht so. Ja, 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 ja. Ich dachte kurz aber nicht. Ich kann mich daran erinnern, diese Umgebung, also nicht konkret, das war glaub ich später im Level, aber eine konkrete Level in dieser Umgebung ist auch Teil zu einer Map geworden für den Raid-Modus von Resident Evil Revelations 2. Immer dieses Recycling. Ja, ja. Oder das Video Recycling. Ja, ja. Da kann man doch bestimmt drüber springen, oder? Über die Kisten. Also ich würde zumindest immer mal nah dran laufen, um zu gucken, ob irgendwas getriggert wird. Weil die andere Tür sah für mich auch aus, als ob sie womöglich... Ja, wir sollten halt erstmal hier hin. Ah, great. Three separate locks. Jesus. I'm alright. Let's just figure out a way to open it. Mhm. Komisches Dorf. Oing, oing. Yo! Excuse me! Amazing! Das ist super cool! What the fuck? Das sind andere Flieger. Das sind andere Flieger. Das ist ja super geil animiert! Die setzen sich gerade neu zusammen. Jeez. Holy shit. The thing very much, aber what I like. Ja, awesome. Also es gibt halt hier sowohl die... Ja, diese riesigen Knarren aus sich rauszieht. Entschuldigung. Die haben halt die normalen Zombies wieder eingeführt. Das erste Mal, seitdem die über drei hier. Die halt sehen, was wir bisher gemacht haben. Und das sind wieder so spezielle Viecher, die sind auch in 4 und 5 da. Also die gab es nicht in 4 und 5 und in 4 und 5. Das war auch spezielle Dinger. Also... 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 Also ich würde, glaub, weglaufen und gucken, ob man irgendwas findet und die erstmal mit ihm die Schlüssel kümmern. Die Schlüssel suchen, ne? Der soll einfach eine konstante Bedrohung sein, ne? Ich vermute es gerade, ja. Und vielleicht findet man halt in der Umgebung manchmal irgendwelche... Da ist zum Beispiel ein Ofen, wo man da reinstecken kann. Wie man da kann man das in... Ne... Ich glaub nicht, dass man ihn jetzt gerade... Also das gab's halt in früheren Emails auch total, dass du halt Gegner hattest, die unsterblich sind und du musst in der Umgebung... Ja, ja, klar. Aber ich glaub jetzt hier in diesem Moment... Ich glaub, der wird noch öfter benutzt. Ach, da tritt das Radio kaputt. Ich kann ihn in die Mikrowelle stellen. Was für eine coole Laufanimation der hat. Oh, da kannst du auch, da kannst du auch, da kannst du auch. Links, 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 links. Dankeschön. Wir sind ein bisschen unterwegs, Helena. Machst das schon. Was? Oh, da springt er schon. Weiß nicht so ganz, was mir das jetzt bringt, aber... Weil sie denn hier aufmachen kann. Ja, stimmt. Ach, die Tür hier? Ja. Oh Gott, dammit. Ich muss mich jetzt hier mit ihm ein bisschen beschäftigen. Äh... Crack me! Äh... Oh! Ich hab' nicht gesehen, die Hand. Ah, er spuckt die Hände aus. Er hat doch gar keine Hände selbst mehr. Haben wir ihm die Hände abgeschossen? Oder hat er... Nee, er spuckt die. Er spuckt wirklich. Was denn? Du hattest schon recht. Er... Er... Er spuckt die auf uns. Also geht er ja dann doch kaputt. Nee, er... Sie regeneriert ja alles. Ich glaube, er hatte aber auch eben keine richtigen Hände. Ja, das war die Frage. Klopf, klopf. Dreh, dreh. Oh, noch einer. Oh, no. Deswegen, das sind jetzt schon normale Gegner. Nein. Nein. Ah! Ja. Oh. No. Licker für die Pakete, da alle... Nimm diesen einen Durchgang. Da ist ein guter... Ja, schnell für den Durchgang. Perfekt. Genau. Brandschutz? B was? Kommt da grad jemand durch? Nee. Ja, perfekt. Das ist super. Das sieht ziemlich cool aus. Ah! Hier durch. Da kannst du ihn auf jeden Fall daran triggern. Garantiere ich dir. Dass wir ihn dagegen hauen? Nee, man kann's schon ausmachen und dann geht er da hin und dann macht man's an. Aber ich würde jetzt auch nicht... Oder er macht das bei mir. Nice. Goddammit. Ich würde gerne mal kurz... Ich würde jetzt erstmal weiter... Ich würde auch jetzt erstmal weiter am Schüttel gucken. Ich glaube, du kommst dann am anderen Ende der Tür aus und kannst ihn dann so erledigen. Das heißt aber, wir müssen da irgendwie vorbei. Aber wie? Frage ich. Muss man finden. Wie war das Ding? Ganz durch. Ganz durch. Ganz durch. Ganz durch. Hier kann ich noch nicht durch. Ich hab noch aufgemacht oder nicht? Nee, das war die andere. Der ist gerade erschienen. Wigel, wigel, wigel. Die könnte ich jetzt aber hier aufmachen. Dann hätte ich einfach nen Weg mehr. Ah, okay. Kann nicht schaden. Weil es werden ja offensichtlich auch immer mehr von denen... Bäh! 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 Das Geräusch dazu. Bäh! Guck mal, geh mal in den Laden da rein. Du kannst da rein. Die Fische sind toll. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus, ja. Das ist nur ein rotes Kraut und eine schöne Kiste. Trotzdem gut. Aber vor sie geht. Schieße auf das Aquarium, das ist wichtig. Dramatisch und schlimm. Boah! Die sind's ja mittlerweile. Die machen wirklich so Baby-Geräusche. Ja, sie quietschen so ein bisschen. So, rechts. Weiter, guck mal weiter, rechts. Da geht's nicht hoch. Da... Kann's da irgendwas abschließen? Okay, das Kabel geht nach oben und müssen irgendwie hochkommen, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, oder man kann irgendwo was... Da rechts und da links... Ach da! Okay. Oh, oder... Oder diesen riesigen... Nun. Dangit. Videogames will know nothing. So, Helen, geh mal da rein, lock die mal an. So, können wir das halt im Koop machen, ne? Das ist hier nicht so einfach. Helen. Bitte. Engel ab, mich. Ich find das letzte. Jetzt sind's schon drei. Ne, geh mal da weiter, oder? Ne, da gehst du nicht mehr da. Also, ich glaub schon, dass da ein Weg war. Cool. Auf deinem Gesicht. Face-Hager-Match. Also, ich glaub, dass da ein Weg war. Ich glaub nicht. Ich seh grade so ein bisschen... Äh... So ein bisschen... Problematisch. Ich würde gerne einmal aufstehen, Dion. Dion. Jetzt tot. Oh, oh, oh. Oh no. Ja. Ja. Aber wir hatten grade nen Checkpoint. Oh no. Jesus. Wie ein Bloodborne. Ausführliche Todesanimation, ey. Und der Kopf ist ab. Nee, das ist doch nicht blutig. Da hat er was reingemacht. Ja, ja, ich glaub nicht. Komm, wie lang das dauert. Werden wir jetzt zum... Ja, jetzt werden wir zum... Alter, wie... Das war ein Bullshit. Jesus. Alternatives Ende unlocked. Ja, wirklich. Fucking A. Hey. Was hast du die letzten 6 Monate gemacht? Ja, ich hab diese eine Todesanimation, die 2% der Spieler sehen werden. Die man vielleicht gar nicht sehen wird. Ja. Aber allein diese... diese Area zu designen... Ja, ja. Super geil. Was ist die Ausstattung... Ah, jetzt müssen wir erstmal jedes einzelne Schloss... Ja. Roger. So. Sehr gut. Klunk. Da kannst du uns vorhin doch schon reinstecken. Ja, da kannst du ihn reinstecken. Ja, da kannst du ihn reinstecken. Ich wusste, dass es etwas in der Umgebung gibt. Oh, ja. Halt nicht so, wie ich meinte, aber ich nehm das... Ja. Ach, shit. Verzeihung. Verzeihung. War egal. Sieht leider nicht so toll aus. Das stimmt. Wir arbeiteten sie da in Leons... Metamorphose... Ah, guck mal. Ich find's ziemlich toll. Es stoppt hier, wie es da rechts raussippst. Ja. Ja, das heißt, wir brauchen jetzt nur so einen großen Schreller mit... Mitnehmen. ...führen. Helena, pack den mal ein. Das wär ne geile Kombi-Attacke. Ich wechsle auch konstant zwischen Helena und Helena, aber ich denke, das stört niemanden. Ja, ne, passt schon. Helena ist hier spitzenau. Ja. Ja. Heißt sie Helena also? Helena ist hier eigentlich... Können sie auch Linda nennen. Herr Linda. Hey Linda. Hey Linda. Heya. Hey Arnold. Heyi. Blum blum. Ada. Ja, die ist vielleicht auf dem... Zug. Das ist lustig. Das war grad ein... Das hörte man schon mal in Resi, dass diese... Für mich hörte sich das voll an, wie das in L.A. Noire, wenn du... Du... Warum wird denn Ada jetzt inszeniert, wie so'n... Das ist irgendwie einfach Bad Girl. Ich bin so beeindruckt davon, wie wenig Geschichte sie erzählen und was sie alles drumherum trotzdem basteln. Es bläst sich halt auf. Es sind eher so Szenarien, die man... Es erzählt sich halt gar nicht. Scheiße, sie ist lockt. Ich will nur noch einen anderen Weg durch. Vielleicht... Vielleicht ist es die Treppe... Ist es diese? Das... Big Red Light... Auch lockt. Schade. Fühlt vorbei. Oh. Das sieht jetzt gerade richtig gut aus, für mich. Ja, Mann. Ooooooh. Was? Ran. Ab und zu sliden anscheinend. Ah, du musst am Ende durch die Tür sliden. Oder nicht. Oh, yes. Das ist... Dass das nicht gescriptet ist, sondern es Manöver gibt. Aber wie soll ich jetzt hier durch? Wir treten einfach die Laser-Kamp... Das war nicht gewollt. Hä? Äh... Da sind noch zwei Leute. Guck mal was. Ach, da ist die andere Kampagne. Ist jetzt drin? Wo sind wir? Was ist das gerade? Das war geil. Das räumlich sehr... Ich bin noch nicht fertig. Das war gerade einfach eine Zwischensequenz. Wir haben keine Zeit, um zu warten. Das... Das ist toll. Dass das kein Quicktime-Event war, sondern es Manöver im Spielmechanik begründet gab. Mit der man jetzt so eine Laser ausweichen kann. Aber, ja. Wie sie sagen, wir müssen uns beeilen, aber ich mach trotzdem noch langsam die Türen an. What the fuck? 0-0. Number. Danke für den Zoom. Was war denn das gerade? 0-0, Tom. Man, immer fragst du so 0-0. Das ist auch passiert. Ja, aber... Es ist ein komisches Spiel. Es ist auch voll komisch, dass wir jetzt A da... Oh, da waren 18 Kisten. Shit. 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 Fuck. Restart. Quatsch, hier kommt bestimmt nichts gefährliches. Ist der 0-0 Raum. Hier ist ganz viel Munition in dem Raum, liebe Helena. Ich kann meine Waffe gar nicht wechseln. Ist ja gar nichts gefährlich. Ich suche gar keine Waffe. Da hinten sind die anderen beiden. Ich finde... Es fehlt immer... Ich will mir vorstellen, dass er wirklich eine Lupe nimmt. Und damit dann so vor die Tür guckt, weil das der Tooltip ist. Hm, diese Tür... Kannst du durch die Schein? Oh. 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 He seems not great. Ooh. Rumors. The fuck? Resident Evil. What? Why? Hi. Oh. Ich hab Mutanten erwartet. Ja, ich auch. Deine Klinik. Umbrella, Roombas. Ada, Roombas. Unlose locks on the barriers. Macht sie schon. Sie macht das. Ah, da wird... Ja. Oh Gott. Oh, boi. Musst du sie jetzt beschützen? Ja. Oh no. Weg. Aua. 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 Das ist bad. Hä? Ich glaub die Person ist hier ein bisschen Schwachzommen. Was? Das ist halt die MG. Oder Schrot. Was ist dieses Drehen ist so? Auch da sieht aus, ey. Schau mal, eigentlich musst du sie gar nicht verkuckt machen. Nee, ich soll sie von ihr einfach weghalten. Das ist ja alles, was... Genau. Wo die spawnen oder so immer. Deswegen dachte ich auch Pistolerei. Der hat das schon völlig rechts. Why? Warum ist jetzt hier Wasser drin? Nee. Ist kein Wasser drin. Ist die Spiegelung. Ach so. Äh. Äh. Sie wird da durch die Gegend geschleudert. Sorry Helen. Fuck ist es. Resident Evil. Das geht aus dem Raucher. Das ist auch sehr furchtbar, offene Truhen zu finden. Ja. Wo nichts mehr drin ist. Das geht aus.